Heute Abend sind wir hier zu Besuch, weil wir zusammen kommen für eine Charity-Veranstaltung. Charity kann man in einer großen Stadt wie Berlin, glaube ich, nicht genügend haben. Sollte man viel, viel mehr machen, weil es viele Projekte gibt. Hardy Grieger Junior, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, ist der Schirmherr heute der ganzen Geschichte. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache und ein sehr guter Abend für uns alle. Wir wollen als Marke Opel und unter anderem mit solchen Partnern wie Heyworld ein Zeichen setzen für Menschlichkeit und für das, was wirklich zählt in unserer Gesellschaft. Nämlich die Werte, die unsere Gesellschaft ausmachen, die letzten 20, 30, fast 60 Jahre auch wieder in den Vordergrund zu spielen. Ich finde das ganz toll, dass Opel sowas macht. Ich finde das ganz toll, dass Heyworld sowas macht. Ich erwarte von mir, dass halt eben sehr, sehr viel Geld zusammenkommt, damit den Kindern geholfen werden kann. Ich bin sehr gespannt auf diesen Abend. Ich freue mich, dass sich Opel bereit erklärt hat, für die Stephaner Stiftung Unterstützung zu geben. Und ich bin sehr gespannt auf das Programm, auf die Begegnungen, auf die Gespräche, die hier stattfinden. Ich freue mich auf den Abend. Ich freue mich auch darüber, dass es endlich mal wieder für ein Objekt hier in Berlin was gesammelt wird. Ich denke, dass ich hoffe, dass einiges zusammenkommt wird, dass da auch was geholfen wird und umgesetzt wird. Sonst allgemein denke ich einfach, der Abend ist schön. Ich habe bis jetzt schon viele coole Leute gesehen, die ich auch kenne und freue mich, die zu sehen. Folge dessen denke ich, der Abend kann nur ein voller Erfolg werden. Bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt mal, in Zeiten vom Egoismus, der Hochkonjunktur hat, ist es ganz wichtig, dass man Menschen, die sich einsetzen. Deswegen sind solche Verleihungen eigentlich keine Modeerscheinungen, sondern wichtiger denn je. Ja, was erwartet man von so einer Charity-Veranstaltung? Natürlich, dass viel Geld zusammenkommt und ich glaube, die Kinder, die das Geld näher bekommen, die werden happy sein. Ich habe auch gehört, es gibt eine ganz, ganz tolle Tombula. Deshalb habe ich auch meine ganze Handtasche voll Geld, damit wir ganz viel Dose kaufen können, natürlich auch was Gutes tun können. Ich lerne zum ersten Mal die Arbeit von Hey World kennen. Ich finde es super, dass sie auf verschiedene Beine aufgestellt sind, dass es um humanitäre Zwecke geht, auch um Technologien und um Menschlichkeit am Ende des Tages. Ich meine, bei den starken Sponsoren, die dahinter hängen, muss es gut sein, kann gar nicht anders sein. Ja, wir freuen uns, wie der Abend bisher gelaufen ist. Wir freuen uns über die vielen Gäste, die da sind. Alles läuft toll, das Programm ist gut. Jetzt ist es Zeit, auch ein bisschen ausgelassen zu sein. Wir freuen uns auf den zweiten Showteil. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ich erwarte eigentlich gar nicht so viel, sondern freue mich über das soziale Engagement so vieler Menschen. Heute ist ja Martinstag, ein Tag des Schenkens und Teilens und das wird hier heute ganz wunderbar zelebriert. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.